Hallo und herzlich willkommen zur RAW-Foto-Trainer in Wapswede. Noch vor wenigen Tagen hat sich keiner von uns vorstellen können, dass unsere Eröffnung heute Abend ausschließlich online zu erleben ist. Aber die Realitäten haben sich verändert. Unser Motto Changing Realities ist zum Programm geworden. Viele Menschen haben eine Menge Arbeit und Herzblut in das Festival investiert. Darum haben wir uns trotz Corona entschieden, euch das Festival zu präsentieren, so weit es möglich ist. Allerdings vorläufig aus Sicherheitsgründen nur online. Im Moment können wir leider weder unsere Ausstellungen öffnen, noch unser geplantes Festivalprogramm durchführen. RAW findet trotzdem statt. Unserem Kernteam ist es in den vergangenen Tagen gelungen, beinahe alle Ausstellungen komplett aufzubauen. Und wir haben ziemlich rund um die Uhr daran gearbeitet, RAW virtuell erlebbar zu machen. Unter dem Motto RAW-Freihaus gibt es nicht nur unsere Öffnungsfeier online zu sehen. In den kommenden Wochen werden wir regelmäßig neue Inhalte auf unseren Social Media Kanälen veröffentlichen. Dazu zählen zum Beispiel virtuelle Rundgänge, die wir in den letzten Tagen in den fertigen Ausstellungen gedreht haben. Wir werden aber auch einzelne Künstler und ihre Werke vorstellen und wollen sogar einige Künstlergespräche per Skype führen. Gerade in der aktuellen Situation war es uns für uns wichtig, einen positiven Ansatz zu finden und nach vorne zu schauen. Wir möchten euch zeigen, woran wir in den vergangenen Monaten gearbeitet haben. Wir möchten euch auf diesem Wege für das Thema Fotografie und für das Festival begeistern. Und wir hoffen, dass ihr Lust bekommt, unsere Ausstellungen auch live anzuschauen, wenn es die Situation erlaubt. Bis dahin lasst euch von RAW-Freihaus überraschen. In der kommenden halben Stunde werden wir ein leicht verkürztes Eröffnungsprogramm präsentieren und ihr könnt einen ersten Blick in unsere Ausstellungen werfen. Unter anderem könnt ihr ihr erleben, wie Stefan Schrader, Cellist der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, mit seinem Instrument und einer Loopstation zu Bildern aus unseren Ausstellungen improvisiert. Dabei wünsche ich euch im Namen des gesamten Teams von RAW nun viel Freude. Und vor allem bleibt gesund und kommt gut durch die nächsten Wochen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Liebe Freundinnen und Freunde der Fotografie, Kultur in Zeiten der Corona-Pandemie geht das? Ja, es geht. Die RAW-Foto-Triennale Wobbswede wird neue Wege gehen, die Ausstellungen präsentieren in den sozialen Medien im Netz. Dieser neue Weg der Kulturpräsentation digital, der soll ermöglichen, dass wir trotz dieser schwierigen Zeiten auf Kultur nicht verzichten müssen. Und was für ein inspirierendes Motto dieses Fotowettbewerbs, Changing Realities. Dieses erleben wir zurzeit. Wenn wir die Ausstellung besuchen, begegnen wir interessanten Fotografien von veränderten Alltag in der einzigen DDR, industriellen Gemüseanbau und vieles, vieles mehr, was uns zum Nachdenken inspiriert. Zum Nachdenken über unseren Alltag, über das, was sich vielleicht gerade ändert. Die Ausstellung wird nicht nur inspirieren, sie wird auch Mut machen. Mut zu verweilen und den genauen Blick zu wagen. Ich wünsche der Ausstellung alles, alles Gute, viel Erfolg. Der Ausstellung Quiz Die Ausstellung Die Ausstellung Untertitelung des ZDF, 2020 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 Zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen in den Wobbsleder Museen habe ich mich sehr gefreut, dass ihr, das RAW Festival Team, auf uns zugekommen seid und dass wir für diese dritte Ausgabe des RAW Photo Festivals, jetzt unter dem Namen RAW Photo Triennale, zum ersten Mal sehr intensiv und sehr eng zusammenarbeiten. Das ist ein Gewinn für uns, für die Wobbsleder Museen. Das ist sicherlich auch ein Gewinn für euch, was die Ausstellungsmöglichkeiten angeht. Und in dieser sehr, sehr schönen und engen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Sicherheit auch ein Gewinn für Wobbsleder als Ganzes. Ja, mit Changing Realities habt ihr euch ein Thema gewählt, das ohnehin den Nerv der Zeit trifft. Aber dass es so dramatisch kommen würde, wie jetzt in den vergangenen zwei Wochen, das hätte natürlich niemand ahnen oder sich vorstellen können. Und dass diese Ausstellungen jetzt nicht in der ursprünglich vorgesehenen Form eröffnet und gezeigt werden können, auch nicht. Mich hat es wirklich sehr beeindruckt, wie ihr mit dieser ganz, ganz schwierigen Situation umgegangen seid. Und dass ihr keine Minute gezögert habt, keine Minute resigniert habt, sondern dann gesagt habt, wenn wir das jetzt nicht so machen können, wie es ursprünglich geplant war, dann finden wir andere Wege, um mit unseren Ausstellungen und mit unserem Festival unser Publikum zu erreichen. Aber nichtsdestotrotz hoffen wir, die Wobbsleder Museen natürlich zusammen mit euch, dass wir eure wirklich großartigen Ausstellungen dann in nicht allzu ferner Zukunft auch live und in den Museen und vor den Originalen unserem Publikum zeigen können. Also, wenn wir das jetzt nicht so machen können, wie wir das jetzt nicht so machen können, Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Liebe Freundinnen und Freunde unseres Festivals, eigentlich hatten wir uns das ganz anders vorgestellt. Heute Abend wollten wir gemeinsam mit unseren Künstlerinnen und Künstlern in der Böttcherschen Scheune die Eröffnung von RAW feiern. Daraus wird nun leider nichts. Aber zumindest konnten wir die Arbeiten beinahe aller Fotografinnen und Fotografen hier vor Ort installieren. Unsere drei Ausstellungen zu den Themen Heimat, Menschen, Landschaft sind genauso spannend wie die vielfältigen fotografischen Blicke auf die Zeitenwände in der DDR. Wir zeigen unter anderem einen Teil der Sammlung König, eine der größten Privatsammlungen zur Fotografie der DDR. Ebenso sehenswert sind unsere Ausstellungen mit den Werken von Künstlern hier aus dem Nordwesten und die Ausstellung zur Verleihung des Otto-Steiner-Preises 2019. Dieser Preis wird von der Deutschen Gesellschaft für Fotografie alle zwei Jahre an den professionellen Fotonachwuchs verliehen. Auch wenn Sie diese Werke nun noch nicht live sehen können, in den kommenden Wochen werden wir die Ausstellungen und viele der Fotografen und ihre Werkreihen hier im Internet vorstellen. Bleiben Sie also dran und vor allen Dingen gesund und uns gewogen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020